Yes, 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 yes. Mein Paket ist da und jetzt geht es los mit dem Unboxing. So, ich gehe mal in die Küche. Ich stelle euch das gerade mal vor. Endlich ist mein Lift angekommen. Exklusiv. Absolute Wahnsinn. Ab März erst lieferbar. Aber ich habe dann doch alles mögliche dafür getan, dass ich die Möglichkeit habe, es euch diesen Monat schon vorzustellen. So, mach jetzt mal eben das Licht an. Und jetzt geht es auch gleich los mit der Öffnung der Box. Hallo Ayman, wie geht es dir? Es geht gleich los. Unboxing von Lift. Sehr geil, dass du dabei bist. So. So, jetzt geht es los. So, da bin ich. So, folgendes. Jetzt machen wir mal endlich einmal. Mir geht es super. Und dir? Strahlender Sonnenschein ist hier. Und jetzt ist das da, das Paket. Yes. Absoluter Wahnsinn. Mein Paket ist jetzt da. Unboxing the Box. Ah, da hast du auch das Paket erhalten. Okay, sehr geil. Sehr super geil. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Dann hast du wahrscheinlich früher bekommen als meins, weil ich sollte eigentlich schon vor zwei Tagen mein Paket erhalten. Aber irgendwie ist irgendjemand krank geworden und so weiter und so fort. Und jetzt plötzlich ist mein Paket angekommen. Und ich stelle euch jetzt mal unser Paket vor. Und zwar ist es unser neues exklusives Produkt, das jetzt neu auf dem Markt ist. Es nennt sich Lift. Genau. Lift, Lift, Lift. Lift you up. Da ist nichts drauf. Hier ist alles drauf. So. Da lese ich euch mal vor. Lift Juice Plus. Congratulations. You are one of the first to have ordered. Lift by Juice Plus. Thank you. Dann gibt es auch einen geilen QR-Code. Da gibt es halt alle Infos noch dazu. Hammergeile Story. So. Dann steht hier. Wir freuen uns sehr, dass du den Ersten gehörst, die Lift bei Juice Plus bestellt haben. Vielen Dank. Das habe ich. Vielen, vielen Dank auch euch, dass ihr die Möglichkeit oder dass mein Bro die Möglichkeit hatte, dass ich das bestellen konnte. Hammer, hammer geil. Ich freue mich übelst geil drauf. So. Und jetzt wird es ausgepackt. So. Es sind zwei Boxen. Einmal und zweimal. Es sind 6,9 Gramm jeweils in einem Tütchen drin. Aber pure Energie mit Yerba Mate mit Kirsch, Tart Cherry. Genau. Tart Cherry. Kirsch, Mango, Guave und Limone oder Zitrone und rote Beete. Mega, mega geil. Ich freue mich total drauf. Ich bin gespannt, was jetzt alles drin steht. So. Unser geiles neues Produkt. Hammer, 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 hammer. So. Ich werde es jetzt mal auspacken. Jetzt geht es los. So. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Die deutsche Seite. Da ist sie auch gleich. So. Genau. Da haben wir es. Und zwar ist drin. Guave, Mango, Zitronenschale liefern ein Spektrum an natürlichen B-Vitaminen, die zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beitragen. Wir haben endlich ein Produkt gefunden. Also eine tolle Hilfe letztendlich, was ich auch mega geil finde, dass die Müdigkeit bekämpft. Und zwar, wenn ihr einen Tag gehabt, zum Beispiel, wo ihr total krass übermüdet seid, dann hilft das euch mega. Und zwar geht es hier darum, es ist einmal die Yerba Mate und zwar der Blattextrakt davon. Und dann Sauerkirchenpulver ist drin. Reismehl, Trauben, rote Beete-Pulver, Guavenextrakt, Emulgator aus Sonnenblumen, dann Mango-Extrakt, Zitronenschalen-Extrakt und sogar mit Stevia. Hammer, hammer, geil, oder? Und hier steht die Verzehrempfehlung an. Im Inhalt eines Beutels sind 240 Milliliter Wasser einrühren. So. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge soll nicht überschritten werden. Das heißt, ein Beutelchen pro Tag und ihr habt mega, 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 soll ich sagen? Genau. Ihr habt mega Energie für den Tag. So. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge soll nicht überschritten werden, soll nicht zersatz für ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, bla bla. Und natürlich Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Selbstverständlich nicht. So. Und zwar ist dieses Leaflet auf verschiedenen Sprachen eingeteilt. Auf Englisch, auf Deutsch, Österreich, Schweiz. Dann gibt es das natürlich auch Französisch. Benelux. Und Schweizerland. Dann holländisch und Belgisch. Und italiani. Italiani. Und natürlich, wer darf nicht fehlen? Die Spanios. Die Spanioi. Genau. Und dann haben wir noch Dänemark. Dann haben wir Finnland. Norwegen quasi. Und dann Schweden. Last but not least. So. Jetzt geht's los. Ich packe das jetzt mal aus. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt auspacke. So. Eier hier. Hier haben wir eine Lasche. So. Hammergeil. So. Schaut euch das an. Mega coole Verpackung. So. So. Sieht hammergeil aus. Da hat sich wirklich etwas überlegt. So. Und zwar sind es zwei Stück. Und zwar sind es immer 30 Stück drin. So. Und dann haben wir, wie hier gesagt, einmal Java Mate, Sauerkirsche. Ja, Tarte. Sauerkirsch war das. Genau. Sauerkirschpulver. Mango, Guave, Zitronenschale und Rote Beete. Alles beinhaltet einmal geilste Energie überhaupt. Also die beste Energie für den Tag. Das heißt, probiert es mal aus. Wenn ihr morgens früh aussteht, so richtig früh, macht den Test mal. Steht morgens um vier, halb, fünfmal auf. Und guckt mal, wie viel Energie ihr über den Tag habt, wenn ihr das jetzt nehmt. Und wie gesagt, ab März bei uns erhältlich, beziehungsweise bei mir erhältlich. Könnt ihr das, äh, über mich bestellen, wenn ihr wollt. Ähm, Lift Energy. Alles drin, was der Körper braucht. So. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch ein paar Infos dazu? Okay. So. 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 Ah ja, doch. Statt mal. Irgendwas noch an weiteren Infos. Genau. Und zwar. Was hatten wir denn da gefunden? Genau. Vitamin B6 ist drin. Niacin, Folsäure, Riboflavuin und Tiamin. Und dann natürlich die Yabamate, das Yabamate-Blood-Extrakt. Und, ähm, davon Koffein. So. Genau. Aber dazu halt auch mehr Infos dann in Kürze. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt das richtig tolle Video gemacht. So. Mal gerade mal gucken, ob hier noch irgendwas Spezielles noch drunter steht. Ne. Über IQR-Codes. Das heißt, wenn ich das dann, ähm, oder beziehungsweise ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr den QR-Code dann lest, habt ihr alle Infos, die ihr braucht, ähm, um dieses Produkt zu verstehen. Beziehungsweise um, ähm, Energie für euren Körper zu bekommen. So. So. Das packe ich jetzt mal aus. So. Das sind jetzt 30 Stück. 30 Lift Energies sind hier drin. So. Ich zähle mal durch. Eins. So. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. 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 Elf. So. Zwölf. 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 und 30 Stück. Genau, ganze 30 Tage. So, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt ein Foto machen. So, sehr geil, oder? So, einmal diese beiden und da freue ich mich total. Und dann gibt es noch eine Packung, da nochmal, also 60 Stück. Das heißt, es reicht für zwei Monate, wenn ihr das natürlich täglich nehmt. Aber wenn ihr zum Beispiel Momente habt, wo ihr zum Beispiel sagt, ich sei total ausgelaubt, ihr wollt es unbedingt mal probieren und euch richtig gute Energie für den Tag einführen. oder dann habt ihr die Möglichkeit. Und zwar könnt ihr das mit Sprudelwasser nehmen oder halt auch mit normalem Wasser. Die beste Energie des Tages. Und ich werde es jetzt mal ausprobieren. Los geht's. So, da bin ich auch schon. So, dann wollen wir mal die beste Energie des Tages mal nutzen und ausprobieren. So, erstmal. Das ist bestimmt wie so ein Brausepulver. Ich probiere mal. Ich denke so. Ja, es ist so, wie ich es in Barcelona kennengelernt habe. Also es sind wahnsinnige Geschmacksexplosionen im Mund, die man erlebt. Und es ist halt das erste Mal was, wo man sagen kann, wow, einfach nur köstlich. Und man schmeckt halt die einzelnen Instrakte raus. Also die einzelnen Früchte schmeckt man richtig raus. Und das ist halt die beste Energie für den Tag. So. Jetzt kippen wir das hier mal rein. So. Ich freue mich so übelst. Das glaubt ihr gar nicht. Weil ich hatte ja schon mal die normalen Kapseln genutzt und auseinandergenommen. Aber da ist ja irgendwie gar kein Geschmack drin. Das heißt, man nimmt dann, wenn die Kapseln, dann wirklich so. Jetzt habe ich ja auch schon ein bisschen bei Facebook mal ein bisschen recherchiert. Und da gibt es halt auch viele, die zum Beispiel mit anderen Sachen mischen. Die haben es damals auch mit Orangensaft genutzt und oder zum Beispiel habt ein bisschen leckeren Smoothie. Habt da schon massig Energie, aber wollt dann halt noch euch noch richtig gute Energien hinzutun. Und das halt mit Mate, mit Sauerkirsch, Mango, Guave, Zitronenschale und Rote Beete. So. Dann nehmen wir ein Löffelchen. So. 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 Mega lecker. Und schon ist die Energie. in mir drin. So. Perfekt. Ich bin mal gespannt, wie lange ich heute wach bin. Ich freue mich auf jeden Fall mal, auf dieses Erlebnis zu schauen, wie fit ich denn heute den ganzen Tag bin. Und werde euch dann morgen berichten, wie mein erstes Lift-Erlebnis jetzt war nach der Convention. In Barcelona durften wir, hatten wir die Möglichkeit, das zum allerersten Mal auszuprobieren. Und jetzt ist es endlich da. Und ihr könnt es halt auch über mich beordern. Das heißt, ab März gibt es das am Markt quasi, ne? Und mit natürlichen B-Vitaminen, genau. Und das, was ich euch alles vorgelesen habe. Und bis dahin. Ich freue mich total, dass ich das jetzt endlich ausprobieren durfte. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Heute ist der 15. Februar. Wir haben die Möglichkeit, die Sonne zu genießen draußen, weil das Wetter ist wahnsinnig schön. Genau, ihr habt ja meinen Post gesehen heute Morgen, warum musste ich wahnsinnig schnell los. Und zwar war es halt so, meine Schwiegermutter, die hatte die Möglichkeit, beziehungsweise sie hatte leider ihren Zug verpasst. Beziehungsweise sie konnte ihn gar nicht nehmen, weil der gar nicht fuhr. Und das Problem war, Wiken sollte sie dann von A nach B kommen. Und dann habe ich sie dann abgeholt mit Eddie zusammen. Und Eddie ist dann auch in der Huta. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, haben sie dann noch schnell zum Bahnhof gebracht. Damit sie die Weiterreise machen kann, bis in die Stadt ihres Zielorts, wo sie hingehen wollte. Nämlich zu Freunden. Und ich habe eben die Nachricht bekommen, dass es alles geklappt. Ich habe sie dann so gegen 10 abgesetzt, 11. Und dann bin ich noch ein bisschen shoppen gewesen. Und jetzt freue ich mich total, dass ich endlich Lift jetzt bei mir habe. Lift, Lift, Lift. Lift you up every day. Mit Yabamate, Tarcherry, Mango, Guava, Lemon Peel und Beetroot. So, in diesem Sinne, das Beste, was wir jetzt auf dem Markt haben. Ich freue mich total und bin gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, ab dem nächsten Monat euch noch mehr Infos darüber einzuholen. Und freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Tag. Das ist der 16. 16. Februar ist der morgige Tag. Und ich freue mich total riesig, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr es in der Wiederholung seht, schreibt den einfach nur Hashtag Replay. Oder wenn ihr es live gesehen habt, habt ihr selbstverständlich auch Hashtag Live eingesetzt. So, ich werde mich jetzt verabschieden, werde die Sonne jetzt noch genießen. Und werde dann eure Fragen noch beantworten. Und freue mich total riesig auf meine Challenger in diesem Monat. Und wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel das Lift bestellt oder was anderes im Endeffekt, was ihr Lust drauf habt im Endeffekt, die einzelnen Produkte, die es ja gibt, wisst ihr ja schon, habe ich euch hier auch schon vorgestellt. Und beziehungsweise heute auch ein paar Posten nochmal gemacht. Wenn ihr da mehr Infos zu haben wollt, dann meldet euch doch einfach von mir. Und es geht auch schon bald los. Und zwar, wir haben ja schon die App. Wir haben ja die App schon auf dem Markt. Und wenn ihr exklusiv die App halt auch haben möchtet im Endeffekt mit Zugang und drum und dran und Ernährungstipps und Fitnesstrainingstipps und so weiter und ganz, ganz, ganz viel mehr und alles, was da noch kommen mag in Zukunft, dann seid einfach dabei und seid einfach geflecht von dieser neuen App. Also das ist der Wahnsinn. Ich durfte mal reinschauen. Wir haben es jetzt auch schon ein bisschen besprochen. Wir sind jetzt quasi noch bei den Anfängen. Aber trotzdem, umso mehr Leute da mitmachen im Endeffekt, umso mehr freut es uns in dem Sinne. Weil wir können dann eine riesen Community schaffen. Und das können wir nur durch euch letztendlich. Ihr seid letztendlich die, die halt mitmacht. Ihr mögt halt letztendlich das, was ich so mache. Und schaut halt meine Videos. Das finde ich halt mega klasse. Und ihr habt halt die Möglichkeit, wenn ihr das Produkt eurer Wahl bestellt, beziehungsweise das nehmen wollt, was ihr möchtet, wie ihr zum Beispiel, wenn ihr abnehmen wollt, dann würde ich euch die Booster empfehlen, beziehungsweise die Shakes und anderes vieles mehr. Aber da können wir ja dann darüber telefonisch sprechen oder wir können darüber schreiben. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und es nachher auch nochmal im Replay seht. Ich freue mich auch total riesig, dass es gestern mit dem Basketball-T-Shirt von B-Bubber-Town gut angekommen ist. Das freut mich total übelst. Und ich finde dieses ganz, ganz toll. Ich hatte halt überlegt, wie machst du das jetzt? Machst du jetzt einen Ball oder machst du ein Herzchen? Und es mit dem Herzchen, dieses Bum, 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 jeder von uns hat ein Herz. Und gestern war Valentinstag und ein wunderschöner Tag. Und dann habe ich mir gedacht, machst du einfach einen Post damit. Und ich finde es wahnsinnig schön, dass es gut angekommen ist bei euch, dass viele Leute es aufgerufen haben. Und wenn ihr auch über diese Marke mehr wissen wollt oder wie auch immer, oder wo ich mir das T-Shirt oder wie auch immer, könnt ihr dann halt auch Kommentare und so weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich freue mich total riesig, dass ihr dabei wart heute bei der Öffnung von Lyft. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund und fit. Und wenn irgendwas ist, meldet euch auf jeden Fall bei mir. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Dann one heart to you from me. Bis dahin. Ciao.